Das glaube ich ja nicht. Ich habe die Bankgelder verungeträgt, läuft immer noch frei. Die Bank hat eine Anzeige am Hals. Sie sind entlassen. Aber ich kriege sie noch an. Sie werden schon sehen. Es ist eine Anzeige eingegangen, aber die begleiten sie uns aufs Revier. Also mit ihnen klingt die Business Andy von der Welt, aber nicht mit ihnen. Wenn wir es nicht genauer wissen, wo die Gefahren von Internetkriminalität liegen. So lange müssen sie leider in U-Haft. Ist das nicht? Verdunklungsgefahr. Das ist gleich für mich. Und für ihn auch gleich nochmals eins. Ist das noch sexy, das blaue Auge? Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. Box Club? Kennst du ihn? Hola Frank! Wie lange brauchst du es um den Transport herzubringen? Der Max hat uns geschickt. Wir sollen den Transport holen. Kann das bald so? Du kommst mit! Komm komm komm! Hey Frank! Ich bin der Anula Adios! GASCO! Oi Frank! Pendejo! Tómetela de acá! Tare doch! Tres! Ein Minutes! Tres! Te desafigeny characters! Te desafigen! Dahil! Doe deed es? Ader, geotter oder? Dr Потом? Es geht um zu spaz?